Und dann damit auch I could be, willkommen zurück zu einer weiteren Recorder inzwischen von Lesbe Elden Ring. Was sind hier hinten schon wieder mit dem Greenscreen Zeug? So. Ich bin hier platt gemacht worden, okay, ich erinnere mich. Nee, schon wieder so'n Hund. Böse, böse Töhle. Ich nix. Wolle Hund hier. Das Problem war, die da oben haben ich platt gemacht. Ich wette mit euch. Das war kurz vor einem Side of Brace oder sowas. Die Hunde wären ja nicht das Problem gewesen, oder wenn der Ritter nicht dabei gewesen wäre. Oder umgekehrt, der Ritter wäre nicht das Problem gewesen, wenn da nicht die Hunde gekommen wären. Oh, der hat aber gar nix vertragen. Was denn bei dir? Hast du Zahnprobleme oder was? Und ich bin, wisst ihr, wie scheiße ich bin? Ich hab schon wieder vergessen, obwohl ich ja im Ort der Gnade war, meine Flaschenverteilung zu ändern, ne? Was soll das denn? Da müssen wir dann mit durch. Böses Hundchen. Okay. Okay. Wow, wow. Das... Ist ja ekelhaft, Alter. Was machst du denn da für Tricks? Okay, wenn du mich jetzt stötest... Ich weiß nämlich gerade nicht, wie viele Runen ich hatte. Ich hatte aber, glaube ich, nicht viele. Trotzdem. Don't do it, my friend. Okay, reicht doch. Ich weiß nicht, ich mach auch. Okay, warte, 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 warte... Warte, 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 warte! Beim letzten Mal hat der doch schon so ein Ding. Stop it! Ich würde gerne mal wissen, wie viele Seelen die ich da verloren habe. Warte mal, warte mal. Kann ich mich mal kurz ausblenden? Nein, kann ich nicht. Ich bin viel zu langsam. Fuck this shit, I'm out. Welches New World Game? Keine Ahnung. Nix ist wie Elden Ring außer vom Software-Spiel. Versteht sich. Ich bin schon wieder so blöd, ich hätte schon wieder... ...das ändern können. Ich renne jetzt an euch allen vorbei, ich will zu meinen Runen gehen, ich hab keinen Bock auf euch. Stop it! Na gut, an dem der komme ich nicht vorbeigerannt. Reicht doch jetzt mal! Ich hatte eigentlich vor... Alter, willst du mich mal verarschen? Guck mal! Guck mal! Ich kann nichts machen! Zum Kotzen! Oh Mann! Ich muss nur einen großen, heißen Schlafen... Amazon macht Spiele? Interessant. Wurscht gar nicht. Okay, jetzt ist... Scheiß egal wieviel Gründe ich hatte, ich hab's jetzt eh verloren. Ich hab's jetzt eh verloren. Die sind Green, es geht schon wieder. Okay, jetzt machen wir aber wenig nicht. Die haben wir zwei, ist okay. Mit meinen Bedürfnissen. Ja klar, aber wenn das Spiel wie... Elden Ring wäre, dann hätten sie darüber schon gesprochen. Weil nichts ist wie From-Software-Spiel außer From-Software-Spiele. Und vielleicht die von Ninja Theory. Und von Deck 13. Jetzt mach ich da alle wieder platt, weil ich wieder ruhen will. Okay, du stressst mich, aber auch schön, gell? Guck dir das mal an, ich schaff's nur nicht mal so einen Billig-Typen. Dann 16. Dann 17. Scheiße, warum können diese Ritter hier alle Schalafeule? Geht das jetzt schon wieder los? Ich versuche mich erst um den zu kümmern. Okay, jetzt sind die Hunde kein Problem mehr. Okay, reicht jetzt aber auch. Es wäre schön, wenn ich mal treffen und nüchtern daneben hauen würde, gell? Mist, Höhle! Was die staggern, ist echt schlimm. Uh, Schmiedestein, sehr gut. Nee, ich häng fest. Geht wahrscheinlich... Hey, jetzt sag ich schon, der Dungeon ist krass, aber auch fordernd. Es ist hier dunkel. Machen wir mal Licht. Was ist denn hier los? Warum sind denn hier so viele Schadungen? Oh, da... Hey, Patches? Oh, du wieder... Es ist ein Schade, dass du mich so gesehen hast. Oh, ich hatte ein bisschen eine Schlange, das ist alles. Ich habe mich so gesehen, dass ich mich so gesehen habe. Es ist ein Schade. Ich weiß, dass ich... ich kann dir vertraust. Ja, aber... eine gute Schade. Ja, schau jetzt, Tanith ist doch tot. Ja, aber ist er tot? Okay, also wie soll es sich, bist du auch tot? Keine Marika-Stattel in dir. Ach du Scheiße, kein... Oh, der Gnade. Ich muss den Wost da drin jetzt mit einem Go schaffen, ja? Oh, du siehst aber krass aus. Das ist Elme. Oha. Der ist gepanzert. Ich ahne Fische, ich... Ach, das ist ein Bellbearing-Hunter. Nein, den schaffe ich nicht. Ich kann nicht mal dazu, mich zu heilen. Doch, es war eine Marika-Stattel, ne? Okay. Das ist ein Bellbearing-Hunter. Mann! Geil, ich gucke es trotzdem. Okay, beruhig dich doch! Wollt mir aber eigentlich schaffen. Ich will es heilen. Heil dich! Ja, guck mal, der ist gleich down. Oh, 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 der macht einen Grab. Bäm! In deinem Face, Junge. So geht das. Juhu! Hänke, ich warte mal. Oh. Und Großdorn. Dornen Großschuld. Ich kann auch nicht mehr gelesen. Ritter. Ja, wäre ich nie drauf gekommen. Aber jetzt ist hier ein Ort der Gnade, ja? Naja. Haben wir einen Elmeb-Siegt. Aber Elme, nicht Elma, ne? Sein Scheiß. Okay. Gibt es sonst was? Ach du Blume. Das ist eine Gitarrefeule. Liebenswerte Person vor Haus. Wo denn? Wo denn? Wer denn? Schön was verpasst. Hm, hm, hm. Kommt vielleicht später her, wenn hier eine Quest ist. Wisst ihr was? Ich werde trotzdem mal gucken, ob ich noch irgendwelche Quests da noch machen kann. Aber das heißt, hier sind wir jetzt mal durch. Das heißt, hier sind wir jetzt mal durch. Diese Scheiß-Fiel müsste ich auch nochmal besiegen. Ich bin mir sicher, ich habe auch noch Bosse irgendwie hier vergessen. Genauso wie hier unten. Safe. Ach, das könnte ich auch mal machen mit den drei Invaders, gell? Oder ich würde mal in die Hauptstadt nochmal gehen. Ich suche jetzt mal diese Katakomben. Die müssen noch irgendwo hier sein. Könnte nicht sein, dass ich die nicht finde. Oder, oder was machen wir? Oder ich erdecke erstmal weiter die Karte auf. Das wäre auch lustig. Du zeigst es irgendwo hin, aber ich habe keine Ahnung, wohin. Na gut, schauen wir mal hier wieder. Da hin deutet alles. Ich würde gehen die Karte erstmal weiter auf der Kinn. Das war doch irgendwie da oben, ne? Gude! Ha, ha. Der musste mal sein. Können die sich mit den Wäldermäusen hier oben schlagen. Ah, da geht's hoch. So, genau. Mir ist nämlich in den Sinn gekommen. Hier muss doch irgendwo in der Nähe ein Tibia-Fahrer sein, weil da auch Skelette unterwegs waren. Ruinen der Sterngucker. Wo ist denn... Wir müssen doch die Karte. Was mit dir? Böde Qualle. Was macht die Qualle hier oben? Da hat immer jemand geredet. Sie dürfen nicht und sie dürfen nicht. Durch ein Siegel verschlossen. Also muss ich ein Siegel knacken. Interessanter Ort markieren wir mal. Mit... Hiermit. Hier hat irgendwer gerufen, Schwester, sie dürfen nicht. Oder gesagt. Das drehen aber Zeit für die ist Hoffnung. In der Ferne höre ich irgendwas stampen. Hund hat's Maul. Ich bin immer aufhändig. Kommt noch mehr Fledermäuse. Was willst du denn von mir? Einfach nur stressen hier. Frostfett. Fauliges Fett. Wer hat denn geredet eben? Oder war die hinter diesem Nebel? Oder Siegel? Oder Everman? Warum sind hier überall Fledermäuse? Machen wir auch keinen Sinn. Was mir noch weniger Sinn macht, ist, dass ich jetzt... aus irgendeinem Grund hier jemanden beschwören kann. Das heißt, hier gibt's einen Boss. Krass, ich bin von da drüben rübergeritten, gell? Das sieht aus wie... ...ne Festung in der Richtung. Oder Ruinen. Oder Dungeon. Da ist ein Übergang. Ja, jetzt schon wieder so ein riesiges Skelett. Also, das heißt, irgendwo ist ein Tibia-Sefahrer hier in der Nähe. Nerv nicht. Ich frage jetzt nur wo. Den zu finden, ist eigentlich das, was ich machen müsste. Nummer zwei. Reicht doch jetzt. Das Auge der Beste zittert. Ach, und ein Mausoleum ist da auch noch. Und hier ist er. Was? Du bist gar nicht die Boss-Version. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Okay, reicht doch. Was ist das für ein Vieh? Was sind das für Viecher? Nein. Nein, stopp. Stopp. Ich will mich heilen. Alter, übertreibt's halt alle, ne? Das ist halt nur noch ein Zwischenboss-Subboss-Version. Fuck me. Aber wenn ich den beseitigen könnte... Was ist das? Wie, das sind... Das sind untote Versionen dieser Schnecken. Ich hoffe, wenn ich den beseitigen könnte, dass die riesigen Skelette sich verdünnisieren. Der hat aber scheiß viel Energie. Achtung. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich komme nicht weg. Wow, wow. Ich lebe noch. Ich kann nicht ausweichen. Jetzt mach ich nochmal platt. Wie viel Energie hat der denn noch? Boah. Leck's mir was. Todesfussion. Na also. Schon ist Ruhe, außer da unten. Das ist die Festung, zu der wir gleich gehen wollen. Das ist doch eine Festung. Okay, okay. I see, I see. Ja, ich habe auch eine Todesfussel genommen. Die kümmere ich mich noch, die abzuliefern. Ich wollte nach unten und reite weiter nach oben. Das ist auch gut. Ah, ich habe gesehen, wo es, glaube ich, runter geht. Auf der anderen Seite, was? Nichts. Sorry. Untertitelung des ZDF, 2020